Hallo zusammen, ich bin Laura Zugbricken. Ich präsentiere ab sofort die Viva Schweiz Top 100. Zwei Stunden alle Hitze und neue Steiger. Jede Woche neu auf Viva Schweiz. Die Viva Schweiz Top 100 präsentiert von Laura Zugbricken. Freitag 15.30 Uhr. Nur bei Viva Schweiz. Seid ihr nicht sicher, ob er Viva Schweiz empfiehlt? Versucht jetzt nach dem Logo oben an links. Steht an KSC an, startet jetzt den Sender Suchlauf. Und wir heisst Tate.